Diese hier zum Kauf angebotene 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Kreis Mayen Koblenz. Die Immobilie wurde 1971 erbaut und wird über eine Gasetagenheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 104 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 119.500 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.